Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession, ist auf einer Seite präzise Berechnung, aber anderes nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlicher Astrologie. Liebe Senilia, ich grüße dich. Das ist jetzt nicht dein Geburtshoroskop, sondern die Geburtshoroskop von deinen älteren Tochter. Und das schauen wir an. In diesem Augenblick, wo sie geboren ist, ist die Tierkreis zeichnen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Das ist ihr Aszendent oder Lagna und ich setze Krebs hier im ersten Lebensbereich. Das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, die begrüßt hat sie hier auf dem Erdenleben. Und das begleitet sie von Geburt bis zum Lebensende. Sie ist ein Kind davon. Und das beeinflusst ihren Aussehen, das beeinflusst ihren Auftreten, ihre Persönlichkeit. Und so ist sie auch wahrgenommen. Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Sie nimmt ihre Umgebung mit Gefühlen wahr. Über die Tierkreis zeichnen Krebs herrscht Mond. Und Mond symbolisiert die Mutter. Also sie hat auch sehr mütterliche Gefühle. Und diese mütterlichen Gefühle, diese Hilfsbereitschaft, das was sie auch ausstrahlt, natürlich ist das schön und angenehm. Manchmal wird das auch ausgenutzt. Krebs ist aber sehr empfindlich und neigt dazu verletzt zu fühlen, neigt dazu mal launisch sein oder zurückziehen. Ihr Vorteil ist, dass sie dieses Gefühl hat, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Sie hat auch eine starke Intuition. Familie als solches ist für sie enorm wichtig. Krebs symbolisiert auch Familie. Im zweiten Lebensbereich ist die Werte, die Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Finanzen. Energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, dann hat sie immer weniger Geld als Menschen, die dann sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Sie hat einen ganz anderen Selbstwertgefühl und das spiegelt sich auch in Finanzen. Hier hat sie die Löwe. Die Löwe liebt die Glanz, die Luxus. Also die Neigung ist da, für Luxus Geld auszugeben oder mit Geld oder mit teuren Dingen auch glänzen nach außen, damit sie Anerkennung bekommt, Ansehen bekommt. Und Löwe braucht die Publikum, Löwe möchte im Mittelpunkt zu sein, ist auch nachvollziehbar. Über die Tierkreis zeichnen, Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist Glanz. Sonne ist im Mittelpunkt unserem Sonnensystem. Und dieses Gefühl braucht man, und das erlebt sie hier im zweiten Lebensbereich. Das heißt, sie hat dieses Bedürfnis, diese Wertschätzung zu bekommen. Sie hat dieses Selbstwertgefühl oder versucht es aufzubauen, dieses Selbstwertgefühl zum Haben. Ich stehe im Mittelpunkt, ich bekomme Anerkennung, Wertschätzung. Und wenn das nicht so ist, dann fühlt sie sich verletzt und dann zieht sie zurück hier zum Krebs. Im dritten Lebensbereich ist die Schule, die Erfahrungen. Und auch, wie lernt sie oder wie nimmt sie das wahr? Und wie ist die Verbindung zum anderen Kinder, Geschwistern oder anderen Kindern in der Schulzeit, im Jugend? Hier hat sie Jungfrau. Jungfrau ist klug, also sie ist eine kluge Schülerin. Oder sie hat diese Begabung zum Lernen. Die hat auch dieses analytisches Denken, die kann das auch ganz gut ordnen. Die hat diese Begabung auf jeden Fall Lernen oder Studieren. Aber Jungfrau ist eher zurückhaltend. Und das, was sie erlebt oder hat erlebt in dieser Schulzeit, mehr Beobachter zu sein, auf die Seite, manchmal sogar das Gefühl zu haben, sie wurde auf die Seite geschoben. Und später sind diese Erinnerungen da und das erlebt sie dann im beruflichen Umfeld, wo sie sich dann behaupten muss gegen Konkurrenten. Aber in diesem Lebensbereich ist auch die Schulungen, auch die Schule des Lebens, diese Prüfungen zu bestehen. Und das bringt sie auch in Ordnung, weil Jungfrau ist diese Energie, etwas in Ordnung zu bringen. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich das vergleiche mit einem Baum, dann würde ich sagen, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das sind unsere Ahnen, unsere Herkunft oder Traditionen, unser Zuhause. Und alles gehört in diesem Lebensbereich, was mit Immobilien oder Inneneinrichtungen zu tun hat. Und hier hat sie die Waage. Und das gibt ihr die Wurzel im Leben, wo sie sich verankert für die Basis, die Fundament. Und das ist Waage. Das ist Gleichgewicht. Wenn sie aus dem Gleichgewicht kommt im Leben oder unsicher wird, verliert die Basis, verliert diese Fundament. Das fühlt sich an, wenn sie entwurzelt wäre. Die verliert den festen Boden unter den Füßen. Außerdem Waage steht auch für Gerechtigkeit. Also sie hat auch diesen Gerechtigkeitssinn. Und auch für Liebe. Waage verkörpert auch die Schönheit, die Harmonie. Und das in ihrer Wohnsituation. Das heißt, sie liebt Häuser, was luftig ist. Und wunderschön eingerichtet. Sie hat dazu einen guten Geschmack. Und sie liebt das auch. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Das zeigt später ihren eigenen Kinder und noch später ihren Enkelkinder. Aber auch ihre Kindheit. Und diese Erinnerungen bedeuten dieser Lebensbereich auch die Lebensfreude, die Kreativität, unserem Leben kreativ zum Gestalten. Hier hat sie Skorpion. Es ist auch Wasserelement. Also handelt es sich um Gefühle. Und hier ist wichtig die Wandlung. Und das heißt, es gibt negativen Gefühle und die blockieren uns. Und es gibt positive Gefühle. Das macht alles schöpferisch kreativ. Und hier sind diese Erneuerungsprozesse. Auch die Erinnerungen an die Kindheit. Und sie nimmt das sehr emotional wahr. Zu negativen Gefühlen gehört wie Angst, auch Verlustangst oder Schuldgefühl oder Eifersucht, manchmal Wut. Und hier lernt sie, wenn ihr Leben schüpferisch gestalten möchte, von diesen Gefühlen verabschieden und übergehen auf die positiven Gefühle wie Dankbarkeit, Hingabe, Hilfsbereitschaft, Fürsorglichkeit und Liebe natürlich. Und wenn sie das lebt und kann sie von ihren Ängsten befreien, dann erlebt im Leben den Alltag auch mit Lebensfreude. Dann verspürt sie auch diese kreative Energie. Und es steigt alles nach oben. Im sechsten Lebensbereich ist der Alltag, die Arbeit und Gesundheit. Hier hat sie die Schütze. Also Schütze wirkt auf ihre beruflichen Situation. Schütze ist Feuerelement. Und Feuerelement kann man leicht von etwas begeistern. Über Schütze herrscht Jupiter. Natürlich bringt Jupiter Glück, Chancen, Möglichkeiten, eine optimistische Haltung. Aber Jupiter vergrößert etwas. Manchmal neigt er zu etwas übertreiben. Und immer wieder dieses Gefühl entsteht hier, das muss doch im weiten Welt noch etwas Besseres da sein. Und die Schütze neigt dazu, das zum Suchen und verliert dabei die Orientierung. Von lauter Wald sieht die Bäume nicht oder von Bäumen die Wald nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie dieser Spruch genau klingt. Verliert die Orientierung. Und hier ist wichtig, was zeigt die Schütze eigentlich. Und das ist diese Pfeile hier. Das zeigt das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Genau in die Richtung zeigt die Schütze. Und spirituell heißt es, hier sind unsere Wünsche. Und wenn sie ihren Wünsche als Ziel setzt, beruflich, dann hat sie diese Orientierung und dann weiß sie, wo ihre Berufung liegt. Schütze steht auch zum Ausland. Also das wäre auch eine Richtung Reisen, Touristik, Ausland, aber auch Sport, Bewegung. Jetzt zurück zum Ascendent. Das heißt, in diesem Augenblick, wo sie geboren ist, ist die Tierkreiszeichnung Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ging die Tierkreiszeichnung Steinbock in Westhorizont nach unten wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Augenblick, wo sie ihren ersten Atemzug geholt hat, sind sie noch sichtbar gegenüber. Und hier spiegelt etwas und diesen Spiegelblick zeigt den Seelenpartner. Und hier hat sie Steinbock. Und mit Steinbock öffnet sich den Tor zur Partnerschaft. Steinbock ist streng, belehrt uns auch und sind auch Einschränkungen und das immer in jungen Jahren. Und das wird sie in Liebepartnerschaft erleben und das wird hart sein für sie. Aber sie braucht das zum Lernen. Im Erwachsenenalter, in der zweiten Lebenshälfte, wirkt Steinbock wundervoll. Weil dann kommt die Halt, die Sicherheit und Stabilität wird auch ernst genommen. Das kommt alles in Form und dafür sorgt Saturn. Saturn herrscht über den Steinbock. Aber hier ist auch wichtig, was sie hilft und unterstützt im jungen Jahren, eine bestimmte Vorstellung haben von dem idealen Zustand bezüglich Liebepartnerschaft. Oder wie stellt sie vor den idealen Partner. Und das sind hohe Ziele, hohe Ideale. Und wenn sie in dieser Vorstellung bleibt und sagt, so soll er ausschauen, diese Eigenschaften soll er haben und entweder dieser Typ kommt in mein Leben oder gar nichts, alles oder nichts. Wenn sie das als Ziel setzt, dann hat sie eigentlich schon gelernt, umso schneller geht es in eine feste Beziehung zum Leben. Aber nicht aufgeben, sondern geduldig zu sein und in dieser Richtung bleiben. Das, was sie unterstützt. Und Steinbock verspricht das auch, sie erreicht das auch. Das sind keine Traumbilder, was nicht erreichbar ist, sondern hier realisiert sich das alles. Steinbock ist auch Erde-Element. Sie kommt ins Ziel an. Aber wenn sie immer nachgibt oder Kompromisse macht oder denkt, oh, meine Freundin hat auch einen Freund, ich muss auch hören, das ist für mich eine Bestätigung oder Angst, alleine zu sein, dann geht auf Beziehungen ein, was sie nicht weiterbringt. Achtet Lebensbereich ist der Tod. Natürlich kann das Todesfall bedeuten oder eine erbschaftliche Situation, aber das ist weniger mit Tod gemeint, sondern mehr das Leben zum Erhalten, das Leben erhalten bleiben. Und da muss vieles absterben in unserem Leben. Und das bedeutet, loslassen, kündigen, trennen von etwas und immer auf dem Wesentlichen konzentrieren. Und diese Einstellung zum Haben, das, was hier lernen wir, all das, was in meinem Leben gehört, das befestige ich. Und alles andere kann ich loslassen, brauche ich nicht, weil das hindert, das hält auf, das stolpert man ständig. Das sind die Hindernisse im Leben. Denn dazu gehören natürlich auch Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl, gerade diese negativen Gefühle. Hier hat sie Wassermann. Wassermann ist Luftelement und das heißt, sie braucht den Luft zum Atmen. Und wenn das alles zu viel ist, weil sie vieles mitschleppt, dann nimmt das ihr Luft und sie hat das Gefühl, sie verstickt. Und deswegen ist hier sehr, sehr wichtig, immer wieder aufräumen und alles loslassen, was im Weg steht. Das kann Gewohnheiten sein oder falsche Freunde oder Gegenstände oder Gefühle wie Angst. Und wenn sie aufgeräumt hat, immer wieder, immer wieder, dann kann sie aufatmen und dann bleibt in dieser Leitigkeit und hat auch klaren Gedanken, tolle Ideen, ein Weitblick. In diesem achten Lebensbereich gehört auch Thema Sexualität und auch Thema Geld. Jetzt nicht die Kontostand, sondern die Investitionen, die Ämter wie Banken, Versicherungen, Finanzamt, Erbschaften oder das Geld von Partnern, also diese finanziellen Themen gehören auch hierher. Ich sage immer Tabuthemen, Sex, Tod, Geld. Neunter Lebensbereich sind die Reisen, natürlich auch Urlaub, Urlaubbekanntschaften oder Kontakte zum Ausland. Hier sind auch höhere Bildung und bedeutet auch eine inneren Reise, Spiritualität oder eine Glaubensrichtung. Hier stellt man auch solche Frage, woran glaube ich? Glaube ich an mir selbst? Glaube ich auf mein Vorhaben? Glaube ich auf die Liebe oder meine Berufung? Also hier stärkt man die Glaubenssätze, hier hat sie Fischen. Die Tierkreis zeichnen Fischen, gehört auch zum Wasserelement. Hier erlebt sie auch all das, diese Reise, sehr gefühlsvoll. Solche Erfahrungen macht sie auch im Ausland, aber das zeigt auch die Spiritualität dieser inneren Reise und die Fischen belehrt sie auch. Und das kann ich so erklären, in diesem Stammbild sind es zwei Fischen. Sie schwimmen im Wasser und Wasser symbolisiert die Gefühle, ein Ozean von Gefühlen. Und der eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das sind die negativen Gefühle, Angst und Zweifel und das blockiert. Und wenn sie noch Selbstmitleid haben und erzählen ihren Problemen und jammern und jammern und klagen, dann hört jemand immer zu und dann bekommen sie Aufmerksamkeit, ein bisschen Streichleinheiten und das tut in dem Moment gut. Und es gibt Menschen, die Fischen betont sind, die da festhalten. Aber das sind nur Augenblicke im Leben, aber nicht die Lösung für die Probleme. Die Lösung ist einfach übergehen auf die andere Richtung. Die anderen Fisch ist die Lösung. Ein Traum zum Haben von dem idealen Zustand, eine Vorstellung, diese Bilder pflegen. Das ist Fantasie und hier ist die Fantasie grenzenlos. Das vorstellen, daran glauben und dann geschehen lassen, vertrauen das Fluss des Lebens und passiert Wunder. Genau so kommt es auch. Genau so. Natürlich muss ein Traum realistisch sein. Aber hier sind die Möglichkeiten doch grenzenlos. Und die Menschen, die das beherzigen und daran haben dieser Urvertrauen und machen diese Lebenserfahrung, dann erleben sie wirklich, dass das so ist. Und das, was sie in diesem spirituellen Weg auch lernt, das Urvertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens ohne Angst, ohne Zweifel. Die zehnte Lebensbereich ist die Spitze des Horoskopes. Zurück zum Vergleich. Hier ist die Krone des Baumes. Und diese Krone sollen wir auch tragen. Das bekommen wir dadurch Anerkennung, Ansehen, Respekt, eine stolze königliche Haltung. Und hier haben wir auch Themen wie Öffentlichkeit und Berufung. Hier hat sie die Wider. Natürlich mit Wider muss sie sich immer wieder behaupten, wieder kämpfen. Sie ist sehr kämpferisch und mutig und seit Kraft, manchmal stürmisch voran. Also sie braucht diese Herausforderungen immer wieder, sich zu behaupten. Im erften Lebensbereich sind die Wünsche, die Hoffnungen, die Sehnsüchte und auch Freundschaften. Und wir sollen Freundschaft schließen mit unseren Wünschen. Außerdem hier sind auch Themen wie Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind oder das zum Gründen wie ein Verein oder ein Partei. Hier hat sie Stier. Ihr Wunsch ist, wohlhabend zum Leben und wertvollen Dinge in Besitz zu nehmen und das genießen. Stier kann auch bedeuten bei Freundschaften, dass hier in bestimmten Freundschaften versucht, sie festzuhalten. Stiere neigt, dazu festzuhalten, in Besitz zu nehmen und das festzuhalten. Manche Freundschaften muss aber loslassen, weil es gibt auch falsche Freunde. Das muss nicht festzuhalten, sondern im Gegenteil davon verabschieden. Aber kann auch bedeuten, dass hier auch sehr angenehm ist, dass sie das wirklich genießen kann oder hat wohlhabende Freunde, was sie dann später im Leben auch erlebt. Im zwölften Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens, die tiefen Geheimnisse. Hier können wir auch die Zusammenhänge im Leben. Da haben wir auch karmische Themen. Das ist auch Rückzug. Und alles, was im Geheimen ist, alles, was hinter verschlossenen Türen passiert, wo wir keinen Einblick haben, und auch unseren geheimen Feinden. Hier hat sie die Zwillinge. Und welche tiefen Erkenntnisse hat sie oder was hat sie hier zum Verstehen, die tiefen Geheimnisse, das Leben zu verstehen? Dazu erzähle ich die Geschichte von den Zwillingen. Es gab eine Königin Leda, eine wunderschöne Frau, und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda, und sie wurde schwanger. Sie war aber verheiratet mit dem König von Sparta, und von ihm wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Castor und Polux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Polux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, und Polux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich will auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus sagte zu ihm, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und sie leuchten in diesem Zeichnen Zwillingen, Castor und Polux, und sie sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte erzählt uns folgendes. Wir Menschen haben eine Seele, und unsere Seele ist doch ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und das ist eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, verlässt Materie, aber die Seele hat die volle Bewusstsein, die Seele hat die Erinnerungen, hat auch Gefühle, und kehrt zurück zum Gott. Und sinngemäß kann ich das so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja, erzähl mal, ich bin neugierig, wie war auf der Erde? Und die Seele erzählt und erzählt, und das ganze Leben, von Geburt bis zum Tod, spielt sich wieder ab wie ein Film. Die Seele schaut es nochmal an. Und Ende fragt Gott, ich kann das nur so sinngemäß wiedergeben oder so vorstellen, dann Gott fragt, ja, wie fühlst du dich jetzt? Wenn die Seele sagt, ja, mir geht es gut, also, es war so schön auf der Erde, ich habe alles im Griff gehabt, ich habe so viel Freude gehabt, ich fühle mich so frei, dann sagt der liebe Gott, ja gut, dann fühlst du dich frei, du hast vom Karma befreit. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, die Seele muss das ausgleichen. Das ist auch Karma. All das, was wir in Ursache setzen, das gehört auf uns zurück. Das ist dann die göttliche Gerechtigkeit. Aber wenn die Seele dann sagt, oh, ich habe das nochmal alles angeschaut, und jetzt stelle ich mir fest, ich habe doch gar nicht gelebt, ich habe so viel falsch gemacht, das gibt es doch nicht. Dann sagt Gott, ja gut, kein Problem, geh zurück, mach besser. Und die Seele macht eine Seelenreise und kehrt wieder zurück. Und die Seele ist in diesem Hamsterrad drin. Und dieser Rad nennt man Schicksalsrad. Und so lange sind wir in diesem Rad drin, bis die Seele von Karma befreit ist. Wie schafft die Seele das? Wenn wir selbst sind, wenn wir Aufgabe haben, wenn wir unserem Leben nach unseren Wünschen gestalten, wenn wir frei sind, dann haben wir von Karma befreit. Wir müssen nicht perfekt sein, aber glücklich zu sein, befreit zu fühlen. Unserem Leben nach unserem Wunsch, unserer Vorstellung gestalten und Glauben an uns selbst, an die Liebe, an Gott, dieser starke Glauben und Glauben versetzt auch bergen. Das, was uns glücklich macht. Und das ist diese Reise. Und das symbolisieren die Zwillinge. Und die Verbindung ist da. Dieser Seelische, das Göttliche ist Polux. Das ist unsere Seele. Und das Menschliche, dieser Schicksalsweg, weil die Seele sucht dann immer wieder einen neuen Schicksalsweg aus. Das hat ein Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Das ist Karls Tod. Und das sind die tiefe Geheimnisse des Lebens. Sonne befindet sich bei ihr im Schütze. Sonne symbolisiert unserem Selbst. Steht in Verbindung zu unserem Herz. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und unser Herz ist das Zentrum unserem Körper. Hier ist auch die Gesundheit. Das heißt, wenn sie nicht die Richtung bestimmen kann, besonders beruflich, wenn sie ihre Aufgabe nicht findet und lebt nicht ihren Selbst, gesundheitlich wirkt auf den Herz und auf ihren Auge, weil die Sonne steht astromedizinisch zum Herz und auch zu unseren Augen. Und wenn die Körper dann sich meldet, dass sie was verbessern soll, dann würde ich mal so behaupten, dann kommt eventuell Augenerkrankung oder betrifft die Herz. Mond befindet sich im Löwe. Sonne und Mond steht hier in Harmonie, weil beide befinden sich im Feuerelement. Schütze ist Feuerelement, Löwe ist Feuerelement. Sonne symbolisiert auch Vater, Mond symbolisiert auch Mutter. Mond entspricht auch ihren Unbewussten, ihren Gefühlen, ihren Sehnsüchten, ihren Wünschen, ihren Gefühlen und da meldet sich die Löwe Energie, die Bedürfnis im Mittelpunkt zu sein, Bewunderung bekommen, Anerkennung ansehen, sie braucht das Publikum und das sind Werte für sie, sind es Werte und wenn sie diese Werte bekommt und hat sie das Selbstwertgefühl und bekommt diese Bewunderung, dadurch verbessert sich auch die Finanzen. Mars befindet sich im Wagen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars Energie lernen wir uns wehren in unserem Leben und wir Frauen haben auch Mars Energie und wir brauchen auch diese Mars Energie außer dem Mars, weil das männlich ist, bedeutet auch der Partner. Mars hat sich hier im Wagen. Wenn es darum geht, sich zu behaupten und sich wehren, es ist sehr schwierig im Wagen, weil die Wagen lebt die Harmonie, muss alles friedlich sein und immer im Gleichgewicht. Und wenn sie aber Mut hat und doch etwas sagt oder sich behauptet oder wehrt, dann mit diesem vage Energie neigt sie dazu, das zu bereuen oder sich dafür entschuldigen oder Schuldgefühle zu haben oder schlechtes Gewissen. Vielleicht entschuldigt sie sich nicht, aber sie hat Schuldgefühl und schlechtes Gewissen. Und man soll von diesen Gefühlen auch verabschieden, weil das sind auch negativen Gefühle. Außerdem Wagen neigt dazu, sich beliebt zu machen, alle recht zu machen und damit hat sie ein Konflikt und das zeigt hier die Mars Energie. Energie. Merkur herrscht über die Zeit, Kindheit und Jugend. Merkur handelt und steht auch in Verbindung zum praktischen Wissen und auch Sprache, Kommunikation. Merkur ist im Steinbock. Steinbock ist traditionell, bürgerlich. Steinbock ist auch bisschen streng und so erlebt sie das vielleicht mit Einschränkungen, ein bisschen strengen Elternhaus oder das Gefühl zu haben, sie darf kein Kind sein, weil die hat Pflichten oder sie muss in diese Pflichten nachzugehen oder ist es zu traditionell oder sie erlebt das als Einschränkungen. Was das Wissen betrifft, dieses praktische Wissen, sie braucht vielleicht länger, aber dann sitzt, weil Steinbock ist Erde Element und das bedeutet, dann ist das praktisch, das ist dieses praktisches Wissen. Jupiter ist im Stier. Jupiter ist rückläufig und das zeigt Vergangenheit, oft karmischen Themen, all das, was sie schon erlebt hat im früheren Leben. Jupiter vergrößert alles, das heißt vergrößert die Freundschaften und sie hat dieses Bedürfnis, ganz, ganz viele Freundschaften haben, das in Besitz zu nehmen, das zu genießen. Die Frage ist, hat das Qualität oder nur Quantität? Überlegen sind die echten Freunde, da lieber weniger, weniger ist manchmal mehr und das, was sie lernt, weil in früheren Leben oder jungen Jahren macht sie da Fehler. Diese Rückläufigkeit von Jupiter bremst auch und belehrt sie, nichts übertreiben. Still steht in Verbindung zum Geld. Das kann natürlich auch bedeuten, dass sie sucht Freundschaften, die wohlhabend sind, kann auch bedeuten, dass sie versucht mit Geld oder materiellen Dinge andere zu beeindrucken. Und hier im zweiten Lebensbereich, wo die Finanzen sind, ist auch die Löwe. Wenn sie merkt, dadurch bekommt sie mehr Aufmerksamkeit, steht im Mittelpunkt, hat sie ihr Publikum, die sie bewundern, dann neigt dazu, dann wirklich das Versuchen mit diesen materiellen Dingen das könnte ich sagen, kaufen, diese Freundschaften. Und wenn sie merkt, dass es nicht echte Freundschaften sind, dann fühlt sie sich verletzt und Krebs zieht sich dann zurück und hat diesen verletzten Gefühlen. Jupiter bringt aber ihr Glück und Glück hat sie, wenn sie zu ihren eigenen Werten steht, zu ihren Größe und das muss nicht immer die materiellen Dinge sein, sondern ihren Selbstleben, ihren Wunsch, ihre Vorstellung zum Leben, immerhin, das gehört auch zu diesem Lebensbereich. Dann gibt Jupiter die Okay dazu und öffnet sich neue Chancen, neue Möglichkeiten, weil Jupiter bringt ihrem Leben dieses Glück. Venus ist eine weibliche Energie. Venus verkörpert alles, was schön ist. Schönheit, Ästhetik, Kreativität, Harmonie und Frieden. Venus ist auch die Liebesplanet. Aber es ist weiblich und zeigt ihren Weiblichkeit und Venus ist in Wassermann. Es ist hier im achten Lebensbereich, das heißt, hier passiert die Wandlung, die Brauchzeit, bis sie sich so weit verändert, bis ihre eigene Weiblichkeit leben kann. Das ist diese ständigen Erneuerungsprozesse, Veränderungsprozesse, nicht nur innerlich, dass sie zu ihrer Weiblichkeit steht, sondern auch äußerlich, bis sie ihren eigenen Stil findet. Und Wassermann braucht das auch, Wassermann kann das gar nicht ertragen, so zu sein, wie alle anderen. Wassermann zeigt, ich will anderes sein, wie alle anderen, einzigartig, außergewöhnlich und das zeigt sich hier die Venus Energie, das sind ihre Bedürfnisse, gehört auch zu ihrer Persönlichkeit, ganz klar. Saturn ist auch rückläufig und dieser rückläufige Saturn zeigt auch karmischen Themen, Vergangenheit und belehrt sie. Und hier hat sie eine ganz große Langaufgabe hier im Stil im elften Lebensbereich und das heißt sie muss aufpassen mit Freundschaften, sie ist offen für Freundschaften, entsteht auch diese Lebensfreude, das ist die Stil, das ist schön und angenehm und Jupiter vermehrt das alles, die bekommt immer wieder diese Chancen neue Leute kennenzulernen und Saturn schränkt das ein und belehrt, wo er sagt ganz klar und deutlich hier setze sich jetzt Grenzen, überprüfe das Leben, mit wem bist du befreundet, die nützen dich vielleicht sogar aus, also hier ist die Lernaufgabe, Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, auch unerwartete Ereignisse, Uranus ist im Steinbock und das heißt immer wieder Veränderungen in die Liebe Partnerschaft, das kommt manchmal plötzlich unerwartet durch außergewöhnliche Art und Weise, Neptun ist auch hier und Neptun zeigt die Träume und das heißt, wenn sie eine Vorstellung hat über die glückliche Partnerschaft oder hat einen Traum Mann und sie glaubt daran, dann wird das auch was Neptun lässt die Träume leben vorausgesetzt ist, man glaubt das, wenn sie aber das aufgibt oder geht auf Kompromisse ein und verabschiedet von ihrem Traum oder von ihrem Traum Mann, dann kommen die Enttäuschungen. Pluto ist die inneren Kraft und das zeigt sich hier in Skorpion. Pluto hat ein Motto alles oder nichts entweder oder keine Kompromisse und das zeigt sich in ihrer Kindheit so wird auch später in Bezug zum Thema Kinder sein auch ihren Lebensfreude ihren Kreativität natürlich ist Pluto sehr unterstützend und gibt die inneren Kraft dass wir das nicht aufgeben und wir setzen alles auf eins und hier liegt auch sehr viel schöpferische Energie und auch sehr viel Erotik auch weil auch Skorpion auch Pluto hat mit Sexualität auch zu tun und hier im fünften Lebensbereich wo die Lebensfreude ist und das gehört auch dazu Pluto herrscht über die Skorpionen das heißt Pluto kann sich hier sehr gut auch entfalten unser Planet Erde bewegte sich in Zwillinge und hier manifestiert sich etwas und das ist das höhere Bewusstsein was ich erzählte in dieser Geschichte von Castor und Polux das sind die Geheimnisse des Lebens das unterstützt sie in ihrem Lebensweg und hier ist die Rückzug immer wieder dieser Rückzug auch Meditation und wenn sie das beherzigt in ihrem Lebensweg sie braucht immer wieder diese Ruhe und über etwas nachdenklich zu sein oder über etwas manifestieren so wie sie das vorstellt das wird bei ihr manifestieren und die Zwillingsenergie gibt dann diese spielerische dazu und die Leidigkeit es gibt im Horoskop eine Drache diese Drache ist aber getrennt der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur den Körper ohne Kopf das ist der Lebensweg wo wir schon gegangen sind das heißt Vergangenheit auch all das was wir schon im früheren Leben erlebt haben das nennt man absteigende Mondknoten oder Ketu das hat sie im Schütze und hier in diesem Weg ist sie schon gegangen und das bedeutet Ausland Auslandskontakte oder religiösen Themen oder Orientierung kann auch bedeuten das oft die Orientierung zu verlieren weil so viele Dinge begeistert jemand bei diesem Feuerelement und hier lernt man Orientierung und die Richtung ist die Wünsche wo die Schütze zeigt und der Lebensbereich wo sie schon Erfahrungen gemacht hat das ist der Alltag die Pflichten die Arbeit und Gesundheit also das ist der Bereich wo sie sich auskennt es gibt aber einen Bereich wo sie sich nicht auskennt gar nicht und die Seele sucht das das ist der Drachenkopf die Kopf fehlt und die Seele fragt wo ist denn dieser Kopf der Drache also astrologisch kann man das erkennen das ist in Zwillingen und das was ihr fehlt das ist dieses Bewusstsein was ich erzählt habe über Castor und Polux das zu verstehen und hier die Erkenntnisse die tiefe Geheimnisse des Lebens außerdem kommt die Zwillingsenergie dazu nicht alles zu streng zu sehen auch nicht immer wieder zu verletzt zu fühlen und beleidigt zu sein und dann Schuldgefühle haben sondern das mal spielerisch betrachten das spielerische diese Leidigkeit hilft ihr und die Erde ist auch hier dann manifestiert sie vieles in ihrem Leben und das gibt Halt das gibt Sicherheit das gibt Stabilität außerdem für sie ist enorm wichtig die Rückzug immer wieder wenn sie etwas vorhat nachdenklich zu sein oder darüber meditieren mal einen Tag überlegen ist das richtig was ich vorhabe oder gerade bei Freundschaften wo ihre Lernaufgabe ist nachdenklich zu sein kann ich sie vertrauen oder ist es besser vorsichtig zu sein hier liegen auch die geheime Feinde das auch mal sehen und erkennen weil sie neigt dazu das gar nicht zum sehen sie will das nicht sehen in indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes dazu gibt auch eine mythologische Geschichte Chandra ist der Mond und verliebt sich an Rohini Rohini ist jung und hübsch und unschuldig Rohini symbolisiert eigentlich die Morgenröte und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegevater sagt zu ihm na gut du darfst doch meine Tochter heiraten ist doch kein Problem aber die hat noch ein paar Geschwister du musst alle ihre Geschwister auch heiraten und der Mond blieb nichts anderes üblich heiratete alle 27 Frauen alle Geschwister und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes natürlich die Einfluss kommt von Sternen und das schauen wir haben verspüren immer im richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein das ist ihr Vorteil aber dazu muss sie intuitiv sein Sonne befindet sich hier im Schütze und dieses Mondhaus heißt Uttara Schada und das heißt die Wünsche die Vorstellung leben und das nicht aufgeben das ist die Ziel das ist die Orientierung alles andere ist uninteressant das bringt ihr Glück und auch Orientierung im Leben Mond hier im Löwe befindet sich im Mondhaus Purva Paguna und das heißt was zuvor war in Vergangenheit oder im früheren Leben das geschieht wieder da kehrt etwas zurück und das sind karmischen Begegnungen das kann auch zu dir ein Hinweis sein weil Mond symbolisiert auch die Mutter also Mutter Tochter Begegnung etwas kehrt zurück von früheren Leben und hier kommt dann die Lösung und die Lösung zeigt die Löwe Energie die Selbst zu sein dass du zu deinem Selbst stehst und auch dieser Stolz zeigst als Mutter du spiegelst ihr das und dass sie auch ihr selbst entdeckt durch Gefühle und hier was für Gefühl ist hier wichtig im Löwe im zweiten Lebensbereich die Selbstwertgefühl das ist es das ist die Schlüssel hier Mars Mars befindet 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 hier im Waage und dieser Mondhaus heißt Svati das kommt von Sanskrit und bedeutet Sva selbst und Ati bedeutet Seele das ist die Basis das ist die Fundament bei ihr hier ist die Wurzel des Baumes das gibt ihr Halt im Leben ihr selbst zu sein und um ihre Seele kümmern dieser Mondhaus wird bestrahlt von einem Sternbild und diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und heißt das Kreuz des Südens und hier befindet sich die Südpol und die Südpol dient zum Orientierung die braucht Orientierung im Leben diesem Sternbild das Kreuz des Südens vermittelt auch spirituellen und religiösen Themen auch Glaubenssätze wo sie dann sagt ich glaube an mir selbst das gibt mir Halt oder ich glaube an die Liebe oder ich glaube an meine Berufung ich glaube an mein Vorhaben diese Glaubenssätze sollte man hier auch stärken Merkur befindet sich im Steinbock und dieser Mondhaus heißt Schrawana Merkur hat einen Bezug hier im Steinbock auf ihre Kindheit und Jugend und auch die Handlungen und diese Schrawana heißt übersetzt Adler und hier braucht ein Adler Blick ein Weitblick und auch die Luft ernehmen befreit fühlen nicht zu streng nehmen viele Dinge im Leben diese Einschränkungen sind nicht so gut natürlich braucht man auch eine gewisse Strenge oder mal Grenzen setzen aber mit dieser Adler sie hat dieses Bedürfnis befreit zu sein frei zu sein und fliegen dieser Mondhaus steht nicht nur zum Adler in Verbindung sondern bedeutet auch zuhören zuhören was anderen meinen und zuhören auf die inneren Stimme die Intuition was sagt ihre inneren Stimme Jupiter und Saturn beides hier im Stil befindet sich im Mondhaus Kritika und das bedeutet übersetzt die Pleiaden und die Pleiaden sind die sieben Geschwister die Töchter von Atlas aber die haben auch Halbschwester das sind die Hyaden die sind auch die Töchter von Atlas und die Hyaden und die Pleiaden bilden sich ein Tor ein goldenes Tor die Ekliptik und genau das beschreibt Frau Holle hier entscheiden wir uns sind wir die Verlierer die Leben die Pech Marie oder sind wir die Gewinner die Leben Gold Marie und das ist die große Lernaufgabe Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt sie und das erlebt sie im Freundeskreis oder in Gruppe von Menschen aber auch was ihren Wünsche betrifft glaubt sie an ihren Wunsch an ihren Vorhaben und ist optimistisch dann ist die Gewinner die Leben da regnet Gold dann ist sie die Gold Marie wenn sie aber das nicht glaubt oder hat falsche Freunde und die Freundin sagt vergiss es doch das wird eh nichts dann werft das auch zurück dann ist die Pech Marie da regnet Pech dann gelingt es nicht und sie fühlt sich dann enttäuscht und hier ist die Lernaufgabe Venus ist im Wassermann hier das ist ihre Weiblichkeit und dieser Mondhaus heißt Schatabisha übersetzt bedeutet 100 Angst und 100 Glück und das bedeutet hier in diesem Bereich im Wassermann wo ihr Venus ist sind ganz ganz viele Glücks Sterne und das verspricht dass sie große Glück hat in die liebe Partnerschaft oder mit ihren Weiblichkeit oder mit ihren Kreativität das ist auch Venus Energie die braucht aber hier die Wandlung in acht Lebens Bereich in diese Erneuerungs Prozesse und was hindert in diesem Glück die 100 Angst also die Angst loslassen das ist oft Verlustangst Uranus befindet sich im Steinbog und dieser Mondhaus heißt Tanishta und das bedeutet Grenzgebiet Uranus sind die Veränderungen und das erlebt sie in die liebe Partnerschaft und dieser Grenzgebiet handelt sich um ihre Vorstellung das sind mehr die Wassermann Energie die Ideen die Vorstellung die Gedanken über den idealen Zustand in die liebe Partnerschaft und dann kommt die Steinbock Energie dazu was kann man da realisieren und hier ist wirklich wie ein Spiel hier braucht gerade bei Uranus Einfluss hier diese Vorstellung zum Haben über diesen ideale Zustand aber daran auch glauben dann hat sie auch diese Liebesglück dann manifestiert sich Steinbock ist Erde zeigt in diesem Grenzbereich außerdem Uranus ist im Steinbock auch wenn das im Grenzbereich ist trotzdem im Steinbock das manifestiert sich auch und sie hat schon einen Bezug zum Uranus Energie als Frau und so erlebt auch die Liebe weil Uranus ist die Herrscher Planet über Wassermann und da hat sie ihre Venus aber wenn sie das vorstellt die ideale Zustand über die Liebe oder dieser Traum Mann und das muss außergewöhnlich sein das ist Uranus dann braucht ihre eigenen Weiblichkeit sie als Frau genauso fühlen sonst kann sie das gar nicht vorstellen dass diese Liebe zum Erfüllung geht weil dann denkt sie oh das ist zwar ein toller Mann aber das steht mir gar nicht zu ich traue gar nicht ihn anzusprechen er ist so außergewöhnlich und ich fühle mich gar nicht so sie braucht dieses Gefühl und das zeigt die Wassermann dass sie als Frau aber auch außergewöhnlich ist dann sind sie in die gleichen Augenhöhe Neptun im Steinbruch befindet sich auch im Mondhaus Schrawana und das ist dieser Adler also dieser Adlerblick aber auch dieser Freiraum auch die Möglichkeiten und Neptun sind die Träume und das sind die Weite kann auch bedeuten das hat mit großen Reisen große Weite oder mit Ausland auch was zu tun oder in der Fantasie diese Grenzenlose aber das soll sie als ganz normal betrachten weil dieser Traum wird wahr wenn sie das glaubt Pluto befindet sich hier im Skorpion und dieser Mondhaus heißt Iesta ich habe erzählt die 27 Frauen des Mondes und Iesta war die älteste Frau und das heißt nicht eine alte Frau zu sein sondern Iesta hat immer Anerkennung bekommen Bewunderung bekommen weil Iesta war die älteste die Weise und alle anderen haben auf sie aufgeschaut Iesta hat immer Respekt bekommen und das als Kind hier im fünften Lebensbereich und das ist eine Mischung Kindheit sollte man Kind zu sein und dazu ist aber mit dieser Iesta Energie zu Weise Zeit voraus und wie ein Erwachsen und vielleicht verhält sich sogar wie ein Erwachsen und lässt das gar nicht zu ein Kind zu sein und das spiegelt sich natürlich auch die Verbindung auch zum Eltern dass die Eltern manchmal oder du als Mutter dass du manchmal wunderst eigentlich sie ist gar nicht so kindisch sondern das ist wie eine ältere weise Frau und die Bedürfnis natürlich nach Anerkennung und Lob und Kompliment jetzt die Verbindungen Venus werft eine Verbindung zu ihrem Aszendent also Venus und Aszendent stehen in Verbindung und diese Verbindung nennt man in Fachsprache Quinkungsaspekt und das kann ich so erklären stell dir vor es ist ein Pendent da und jemand fragt du sollst beschreiben wie dieser Pendel sich bewegt dann würdest du sagen ich weiß es nicht habe keine Ahnung kann sein dass dieser Pendel gar nichts bewegt kann sein dass dieser Pendel nach links oder nach rechts bewegt man weiß das nicht und genauso fühlt sie sich als Frau das ist die Venus Energie und das ist ihre Persönlichkeit sie weiß nicht wie soll ich mich auftreten welche Kleider soll ich tragen wie komme ich bei Jungs an ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht mir fehlt auch und für die Orientierung dieses Gefühl entsteht bei dieser Verbindung die Persönlichkeit und Aussehen und Auftreten und Wahrnehmung und ihr Weiblichkeit die gleiche die gleiche Quinkungs Aspekt hat sie zwischen Mond und Uranus Mond symbolisiert ihren Gefühlen aber steht in Verbindung zum Mutter auch ihren mütterlichen Gefühlen und Uranus bringt immer diese unerwarteten Ereignisse wobei ihr wieder dieses Gefühl entsteht wie bei diesem Pendel als Beispiel wie schlägt dieser Pendel aus ich weiß es nicht ihr habt keine Ahnung und das kannst du so vorstellen entweder hat sie Angst vor Veränderungen oder unerwartete Ereignisse das ist die Uranus Einfluss Mond hat auch einen Bezug zu Veränderungen weil Mond ändert sich die Mondphase mal Vollmond mal Neumond mal zunehmen mal abnehmen dieser ständige Wechsel oder Veränderungen und da sind auch so Ängste ja was kommt als nächstes welche Veränderung kommt ich weiß es nicht das macht jemand unsicher außerdem Mond steht auch zur Mütterlichkeit wenn das in die Frage kommt in Beziehung und Uranus steht im siebten Lebensbereich und das ist die Ehe Partnerschaft Beziehung wo sie dann auch zweifelt innerlich soll ich Mutter sein oder lieber nicht ich weiß es nicht das ist diese innere inneres Gefühl genauso wie bei diesem Pendel wie schlägt dieser Pendel aus ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung ich kann das gar nicht beschreiben und da sind Themen bei Veränderungen oder bei Thema Mütterlichkeit wo sie dann sagen ich weiß nicht was kommt was kommt auf mich zu ich habe Angst vor Veränderungen ich habe keine Ahnung jetzt etwas zu diesem Bild das ist die tibetische Astrologie nach außen ist für sie wichtig die Klarheit klare Entscheidungen etwas klären etwas bereinigen die Zahlen haben auch eine Bedeutung und das heißt bei ihr kommen immer wieder Erinnerungen und dann entsteht diese Unsicherheit soll ich soll ich nicht ich weiß es nicht und diese Unsicherheit muss sie klären und nach außen so vertreten und dann das in Harmonie bringen dieser Bild zeigt hier eine Schlange eine Metall Schlange so wird das die Jahrgang in tibetischen Astrologie zugeordnet und das bedeutet tiefsinnig weise kann anderen überreden über etwas oder überzeugen von etwas sie kann auch anderen verführen sie hat Kraft und Mut sie ist elegant sinnlich liebt die schönen Dinge sie ist geheimnisvoll oder hat immer wieder ihre Geheimnisse kann stur sein sie erträgt nicht die Niederschläge sie ist gesellig und Liebe Partnerschaft ist für sie sehr sehr wichtig die Farben haben auch eine Bedeutung Metall das bedeutet Klarheit und Reinheit das braucht sie ihren Leben gehört zu ihren Charakterzügen ihren Wesen aber sie reitet auf den blauen Farbe und das symbolisiert die Wasserelement das gibt ihr die Halt die Wasserelement und das sind ihre Gefühle ohne Angst im Liebe im Vertrauen bleiben und dann kommt Feuerelement dazu das ist ihre Begeisterung ihre Leidenschaft die Zahlen haben auch Bedeutung ihr Glückszahl ist 5 im Holzelement und das bedeutet wenn sie etwas zu Ende bringt dann gleich neu orientieren und etwas Neues starten eine langsame Wachstum aber nicht stürmisch voran oder auch nicht unüberlegt sondern wohl überlegen aber vor sie das anfangen soll etwas erst mal zum Ende bringen das wichtigste ist in ihrem Leben ihr Fokus das ist die Zahl 8 so wie oben auch im Metall Element das bedeutet wenn sie etwas bei ihr Unruhe auslöst und wenn sie das Gefühl hat oh das ist ein hin und her und dann kommen Höhen und Tiefen dieser Zustand was sie aus dem Gleichgewicht bringt übergehen in eine harmonische fließende könnte man sagen so wellenartige beruhigendes Gefühl so wie die Atem Einatmen Ausatmen oder aktiv zu sein passiv zu sein dann verspürt diese Harmonie und das ist die Fokus in ihrem Leben die Schicksal Zahl ist die Zahl 2 im Luft Element das könnte ich verbinden mit Waage und das ist die Partnerschaft die Partnerschaft was sie auch befreit und das ist für sie einen sehr wichtigen Lebensbereich liebe Senilia so könnte ich die Horoskop von dein Doktor beschreiben ich bedanke mich für deine Treue ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag ich wünsche dir alles Gute alles Liebe von Dendera Dendera